Als Offizier habe ich geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe! Dieser Spur ist Leitlinie meines Lebens geblieben, als Vater, als Mensch, als Deutscher. Dieser Eid ist für mich unerschütterlich und darum sage ich, keine Waffenlieferungen in die Ukraine, keine deutsche Beteiligung am Ukraine-Krieg. Frieden schaffen wir nur durch Diplomatie und nicht durch einseitige Waffenlieferungen.